Musik Verantwortlichen Geschäftsführer von C&H Industrial, herzlich willkommen Stefan Bogner. Aber den Eindruck, den ich bis jetzt gewonnen habe, der macht mich eigentlich sehr zuversichtlich, sehr stolz mit dem, was wir bis jetzt gesehen haben und auch den Ergebnissen, die wir erreicht haben. Wir haben die Nase vorne. Aber ich glaube, der neue Magnum müsste diese auch haben. Das heißt, es ist die neue Magnum-Kabine. Schauen wir mal. Kurzer Rückblick. 2014 war ein voller Erfolg in Sachen Red Excellence. Wir haben noch nie so viele Certified Dealer küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können, die den Professional Level erreicht haben. Also vielen Dank dafür. Das hat mich persönlich sehr, sehr gefreut. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Wir haben noch nie so viele Händler küren können. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Prost, herzlichen Dank und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Dankeschön. Dankeschön.